Ende Januar wird der Vollmond auch als Eismond bekannt, das neue Sonnenjahr erhellen und den ersten Vollmond-Durchgang des Jahres 2024 markieren. Erfahre, welche Sternzeichen besonders von dem Eismond betroffen sind. Der Eismond beeinflusst das Sternzeichen Löwe positiv, indem die Mondkräfte harmonisch mit der Persönlichkeit resonieren. Dies führt zu gesteigertem Selbstbewusstsein und Motivation. In dieser Phase könnten Zweifel und Probleme leichter gelöst werden. Das Sternzeichen Wassermann wird dazu ermutigt, eine introspektive Reise anzutreten und während des Vollmonds seinen eigenen Zielen mehr Gewicht zu verleihen. Das Horoskop legt nahe, die eigene Intuition zu stärken, was Wassermännern helfen kann, ihre Ziele mit neuer Klarheit zu verfolgen. offene W Wind